Junge, Junge, war das geil. Hallo Leute, ich habe gerade die 9. Folge der 6. The Walking Dead Staffel gesehen und nachdem sie so mancher körperlicher Ausnahmezustand wie Fullbody, Gänsehaut und auf Schulterhöhe heruntergeklappter Unterkiefer wieder zu normalisieren scheint, gibt es hier nun mein Review. Wie immer gilt auch hier, Obacht, Spoiler voraus. Wow, okay, wo fange ich an? Am besten erstmal mit einer grundlegenden Aussage zu dieser Folge und der einen Sache, die vorkam, die mir nicht so gut gefallen hat. Ja, genau, fange ich erstmal damit an. Die eine Sache, die mir nicht gefallen hat, war ein Szenenübergang. Ich denke mal, dass zwischen den beiden Szenen im US-Fernsehen Werbung gezeigt wurde und während dieses Schnittes wechselte die Szenerie schlagartig von am helligsten Tag hin zu Sonne weg, alles dunkel. Das passte überhaupt nicht zum Handlungsverlauf und das ist etwas, was man in Serien und Filmen immer mal wieder sieht. Und ich verstehe auch durchaus, warum man das macht, denn gerade im Sektor Special Effects lässt es sich im Dunkeln schlicht und ergreifend kostengünstiger arbeiten und den Punktbudget darf man bei solch aufwendigen Produktionen nicht außer Acht lassen. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber um nicht päpstlicher als der Papst zu sein und vor allem, weil die Folge insgesamt der Oberhammer war, ist das für mich letztendlich zwar eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, die im Gesamtkontext dann aber auch vernachlässigenswert ist. Ansonsten kann ich eigentlich kaum mit superlativen Geizen. Natürlich ist das jetzt eine Ad-Hoc-Review und der noch hohe Adrenalinspiegel könnte durchaus zu übertriebener Euphorie führen. Dennoch würde ich diese Folge als meine bisherige Nummer 1 aller Episoden bezeichnen, denn sie bietet von Geballer und Gemetzel über neue Problemstellungen bis hin zu Charakterentwicklungen eigentlich alles, was mein schlichtes Gemüt so sehr an dieser Serie fasziniert. Und meiner Meinung nach werden auch alle Situationen schlüssig und nachvollziehbar aufgelöst. Und diese gehe ich jetzt mal der Reihe nach durch. In meinem Vorschau-Video hatte ich für die Daryl-Sascha-Abraham-Biker-Situation zwei Lösungen vor Augen und eine davon wurde dann auch tatsächlich umgesetzt. Der Oberbiker belegt unsere Leute mit ein wenig Trash-Talk und verlangt zunächst die Herausgabe der Waffen. Dann schickt er einen seiner Kollegen zusammen mit Daryl zum Heck des Wagens, um den restlichen Kram zu übergeben. Es wird schnell klar, dass wir es nicht mit kompromissbereiten Leuten zu tun haben. Und als der Bikerchef gerade Sascha und Abraham erschießen will, löst Daryl, der sich zuvor des anderen Bikers entledigt hatte, das Problem per Bazooka. So können die drei ihren Heimweg fortsetzen, haben ihr Zeug noch und wissen nun auch, dass es dort draußen eine neue Gefahr in Form einer Gruppe, deren Anführer Negan heißt, gibt. In Alexandria selbst gab es ja bekanntlich eine ganze Menge an offenen Fragen und letztendlich wurden auch alle beantwortet. Frau Dr. N. Spee, Denise, die im Midseason-Finale ja von dem Oberwolf nach draußen entführt wurde, hatte ein paar richtig gute Momente und war letztendlich auch zur rechten Zeit am rechten Platz. Ich finde, ihr hat man in dieser Folge mit am meisten eine gewisse Entwicklung angemerkt. Natürlich resultierend aus der Situation, mit der sie konfrontiert wurde. Am Ende der Folge war sie eigentlich zum ersten Mal in der Lage, klare und strikte Anweisungen zu geben. Der Oberwolf wurde schließlich von Carol erschossen und als er als Walker zurückkam, endgültig von morgen ausgeschaltet. Ich finde, es ist auch jetzt noch ein wenig schwach, wie beiläufig die Wolfs letztendlich abgearbeitet wurden, immer im Hinterkopf haben, als was für eine krasse Gefahr sie gerade in Staffel 5 eingeführt wurden. Da hätte ich mir insgesamt mehr erhofft. Aber gut, es ist, wie es ist und ich bin dann auch okay damit. Glenn und Enid, die, wie ich finde, auch richtig gute Dialoge miteinander hatten, haben letztendlich einen Plan geschmiedet, wie sie gemeinsam die angeschlagen auf diesem Aussichtsplateau liegende Maggie befreien können. Der ging letztendlich auch auf, allerdings in letzter Konsequenz auch nur deswegen, weil Sascha, Abraham und Daryl pünktlich da waren, um den Tag zu retten. Und dann gab es da natürlich noch die Situation um Ricks Gruppe. Wir wurden ja netterweise von den Serien machen mit diesem Wahnsinns-Cliffhanger in die Winterpause verabschiedet, der so aussah, dass die mit Zombie-Innereien getarnte Gruppe sich auf den Weg zur Waffenkammer gemacht hatte und Sam merk und leider auch hörbar immer panischer wurde. Er hat sich dann aber einigermaßen im Griff. Allerdings muss Rick kurzerhand den Plan ändern, da sie ob der gewaltigen Masse an Walker es nicht zur Waffenkammer schaffen werden. Der neue Plan sieht dann so aus, dass sie versuchen möchten, die Fahrzeuge zu erreichen, um mit diesen die Zombies aus der Stadt rauszulocken. Pfarrer Gabriel mannt in dieser und einer späteren Szene ordentlich auf und bietet an, sich von der Gruppe zu lösen und Judith in seiner Kirche in Sicherheit zu bringen. Sams Mutter Jessie möchte, dass auch Sam mit Gabriel geht, was allerdings von ihm abgelehnt wird und er versichert, dass er das Ganze auf jeden Fall packen wird. Und damit nimmt das Drama dann endgültig seinen Lauf, denn Sam ist der Situation einfach nicht gewachsen. Er hat zunächst einen Backflash und hört quasi nochmal Carol, die ihm damals ja ziemlich eindringlich erzählte, wie übel es für ihn enden wird, wenn er ihren Waffenklau verraten würde, so von wegen an einen Baum alleine im Wald gebunden und von Monstern gefressen werden und so. Und letztendlich geht es mit ihm komplett durch, als er ein Zombiekind sieht. Er wird von dem Walkern bemerkt und gebissen, was natürlich auch seine Mutter Jessie die Fassung verlieren lässt und auch über sie machen sich schließlich die Beißer her. Rick ist regelrecht paralysiert, hat nun seinerseits ein paar Backflashs und man sieht nun auch deutlich, wie viel Jessie ihm letztendlich bedeutet hat. Problem an der Sache ist halt, dass Jessie, während sie von den Zombies verdiniert wird, noch Karls Hand hält und diesem damit das gleiche Schicksal droht wie Sam und ihr. Rick macht schließlich das, was jeder gute Vater in so einer Situation tun sollte. Er hackt mit seiner Axt Jesses Hand ab. Das wiederum findet der ja eh schon im Hassmodus laufende Ron wiederum nicht so prickelnd und greift sich Jesses Waffe, die während der Beißerattacke zu Boden gefallen ist. Er richtet sie auf Rick und gerade als er abdrücken möchte, wird er von Michonne mit ihrem Schwert aufgespießt. Allerdings löst sich noch ein Schuss und der trifft Karl am Kopf und schießt ihm das rechte Auge aus. Rick und Michonne schaffen es, den bewusstlosen Karl zur Krankenstation zu bringen, wo wie gesagt Denise zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist und auch in der Lage ist, die Situation klar zu erfassen und deutliche Anweisungen zu geben. Und dann wird es furios. Rick hat einen ach fickt er ist doch alle Moment und geht mit der Axt bewaffnet raus und beginnt damit Walker zu killen. Nach und nach schließen sich ihm immer mehr Leute an, erst aus seiner alten Gruppe, dann kommen auch immer mehr Alexandrianer hinzu und gemeinsam säubern sie im absoluten Rage-Modus die Straßen der Stadt. Da gibt es ein paar echt schöne Cuts, schnelle Schnitte zu sehen und letztendlich ist es Daryl, der die entscheidende Wendung bringt, indem er in den örtlichen Teich ordentlich Benzin laufen lässt und diesen dann mit der Bazooka in einen Feuersee verwandelt, der die Walker zum einen ablenkt und zum anderen auch anlockt. Das gibt den Überlebenden dann endgültig die Gelegenheit, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Am Ende sieht man Rick an Karls Krankenbett und ich fand es bei aller Action auch mal wieder richtig schön, Rick nach langer Zeit mal wieder über Hoffnung und Neuaufbau und derartiges Reden zu hören. Das Lebenszeichen von Karl mit dem Händedruck mag man vielleicht als zu schmalzig empfinden. Ich fand es einfach nur passend und das hat diese großartige Folge für mich dann auch rund gemacht. Ja, was bleibt als Fazit zu sagen? Es ist halt echt immer schwer zu vergleichen, gerade bei einer Serie, die schon so viele Highlights geliefert hat wie diese. Für mich war das jetzt im Moment gefühlt die beste Folge. Sagen wir es mal so, das Warten hat sich gelohnt. 10 von 10. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch mein Video gefallen hat. Däumchen nach oben sind natürlich immer gerne gesehen, genauso wie Abos und Kommentare, gerne auch kritische, denn ich möchte mich ja schließlich auch verbessern. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder am Start. Bis dahin, euer Andi.